Kastelrutherspatzen, Update. Jetzt spricht Norbert Rieh persönlich über das Unglück. Nach dem ersten Schock spricht Norbert Rieh jetzt über den Unfall seines Sohnes Alexander. Sie geht es dem Nachwuchs des Kastelrutherspatzensängers nach seinem Unfall, in dem er sich mit dem Auto überschlug heute. Als hätten Norbert Rieh, 64, und die Kastelrutherspatzen nicht schon genug durchmachen müssen, traf den Sänger zuletzt ein weiterer Schicksalsschlag. Wir erinnern uns, nach einem Konzert in Magdeburg 1998 fand man den Manager der Band, Karl-Heinz Groß 39, tot und blutüberströmt auf. Der Mörder wurde nie gefasst. In diesem Jahr der nächste Schock, auch Norbert Riehs Sohn Alexander Rieh, 39, verunglückte. Mit seinem Auto überschlug er sich nachts auf dem Rückweg von Freunden. Er überlebte jedoch zum Glück den Unfall. Nun konnte sein Vater über das Unglück sprechen und gab ein Update zu Alexanders Genesung. Norbert Rieh, sie geht es Sohn Alexander nach dem Unfall heute. Eigentlich sollte Norbert Rieh Grund zur Freude haben. Am 4. Oktober kommt das neue Album Friedensattler der Kastelrutherspatzen heraus. Doch die Vorfreude auf den Rallys wird von privaten Geschehnissen getrübt. Sein Sohn Alexander hatte einen schweren Autounfall, von dem er sich gerade noch erholen muss. Er war nachts unterwegs, was genau passiert ist, weiß man nicht, vielleicht war es eine Art Sekundenschlaf, einen Moment der Unachtsamkeit. Jedenfalls hat er sich überschlagen, das Auto war total Schaden und er hat sich eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung an der Schulter zugezogen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. In diesem Fall ist wirklich ein Wunder geschehen, berichtete er im Gespräch mit Martina Mack. Dass es seinem Sohn eine Lehre sein wird, ist sich Norbert Rieh sicher, Alexander hatte einen sehr aufmerksamen Schutzengel. Ich bin davon überzeugt, dass Schutzengel immer an unserer Seite sind und auf uns aufpassen. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, fahre nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Den sollte man beherzigen und es nicht herausfordern. Weiter gibt er ein Update über den Genesungsstand von Alexander nun, einige Wochen nach dem Unglück. Er ist noch immer in Krankenstand und muss sich schonen. Arbeiten kann er noch nicht, das Schlüsselbein hat sich etwas verschoben. Schulterverletzungen dauern lange und sind hartnäckig. Das wird schon wieder werden, aber er wird sicher noch lange daran denken und hat hoffentlich auch etwas daraus gelernt. Dann bleibt nur, dem Sohn des Kastelrütterspatzenstars eine gute Besserung und schnelle Genesung zu wünschen.